hallo leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von clash royal wie ihr seht wir sind immer noch in arena 6 und ja ich bin bei 1831 pokalen das ist mein bisherige rekord und ja ich würde sagen wir springen direkt in einen kampf der truhe gibt es leider nicht weil ich ja truhe gibt es nicht der versuchte gleich mal anzugreifen versuchen wir natürlich direkt zu verhindern mit verküren und den bar waren sehr schön mal schauen wir hatten mag ja ist nicht schlecht für sowas jetzt dann noch was er kommt hier über die andere seite defend immer voll war ja riese ist immer schwer zu verteidigen so schauen wir mal ob wir hier pushen können mit schweinereiter ok hat hier was dagegen aber wir machen viel schaden wir machen viel schaden das ist gut er macht auch viel schaden aber für mich gar nicht erst zum schnellen tempo kommen lassen den riesen jetzt manchmal was mit was er nicht rechnet denke ich mal wer rechnet doch damit sogleich geht das doppel elixier los das könnte unsere chance dann werden 2 1 los geht's defendete er muss die quasi defenden gemacht hat sieht man nummer oz Gewinnen wir das. Wir gewinnen es sehr, sehr gut, liebe Leute. Ich habe, ihr merkt, ich habe fast nicht kommentiert, weil ich mich voll konzentrieren musste. Alter, sehr gut. Wir gewinnen diesen Kampf und sind wein, verlieren weiter nicht. Das ist doch mal richtig gut. Und ja, das war es mit der Folge von Clash Royale. Es gibt, ich wünsche mir wieder, dass es im Shop den Frost gibt, dass ich den auf Level 3 habe. Aber ja, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wir sind hier weiter mitten dabei in Arena 6. Und ja, Leute, das war es mit der Folge. Haut rein. Ciao.